Wetter und die Aussichten für die kommenden Tage. Noch befinden wir uns zwar im Wolfgang Borchardt-Jahr, doch nach zahlreichen Veranstaltungen kommt nun langsam der Abschluss eines großen Jubiläums. Vor 100 Jahren wurde der Hamburger Schriftsteller Wolfgang Borchardt geboren. Mit einer schwimmenden Ausstellung will die Staats- und Universitätsbibliothek in Kooperation mit der Hadag nun noch einmal den Fokus auf den Autor und seine Werke legen. Es gibt ja so ein berühmtes Drama draußen vor der Tür. Da tritt die Elbe sogar in Persona auf und spuckt den Protagonisten Beckmann, der sich in ihr ertränken will, an den Elbstrand aus. Und es gibt noch einen ganz schönen kurzen Prosa-Text. Die Elbe hat drei, vier Seiten, kann man in zehn Minuten lesen. Eine Ode an die Elbe und an Hamburg. Als Ergänzung zur Dauerausstellung Dissonanzen, die in der Stabi im Mai eröffnet wurde, gibt es nun also auch hier an Bord viele Möglichkeiten, den Autoren kennenzulernen. Postkarten, Familienbilder, Zitate und Infotexte stehen den Fahrgästen bei jedem Wetter zur Verfügung. Und so wird es morgen. Morgens bedeckt vier Grad. Mittags bedeckt zehn Grad. Abends bedeckt sieben Grad. Bei Wind und Wetter ist die Wolfgang-Borchardt-Fähre schon seit 1993 auf der Elbe unterwegs. So auch die nächsten Tage wieder. Da bleibt es kühl bei maximal 11 Grad. Dazu startet das Wochenende mit einer hohen Regenwahrscheinlichkeit.